Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mal wieder mit Linux Mint, produktiv im Arbeitsleben, und zwar die Nutzung von Netzwerkfreigaben. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann bitte ein Like hinterlassen. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann bitte abonniert den Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video erinnert werden wollt, dann gibt es da noch das Glöckchen. Zu diesem Thema werde ich zwei Videos machen, mit diesen zusammengenommen, und zwar jetzt in diesem Video, wie man von Linux Mint auf Netzwerkfreigaben zugreift, und im zweiten Video, wie man Linux Mint Netzwerkfreigaben erstellt, auf die von anderen Rechnern zugegriffen werden kann. Damit man auf Linux Mint, das ist übrigens auch ähnlich unter Ubuntu, Netzwerkfreigaben nutzen kann, muss man die IP-Adresse des anderen Gerätes kennen, beziehungsweise den Rechnernamen oder den Servernamen oder den NAS-Namen, der im Netzwerk bekannt ist. Meine Freigaben, die ich jetzt hier nutze, die sind von einem Windows-10-Rechner, den ich hier im Backend laufen habe, und ich kenne schon bereits den Namen dieser Windows-10-Instanz, damit ich überprüfen kann, ob der Rechner über diesen Namen erreichbar ist, öffnet man mal die Konsole und dann gibt man einfach mal ein den Befehl Ping mit Leerzeichen und gibt den Rechnernamen ein und drückt auf Enter und dann sollte man sowas hier zurückbekommen. Wenn das nicht funktioniert, dann sollte man die IP-Adresse des Gerätes kennen und die IP-Adresse verwenden. Ein Problem bei der Nutzung der IP-Adresse ist natürlich, wenn alle Geräte im Netzwerk ihre IP-Adresse dynamisch von einem Router bekommen und diese kann dadurch dann sich ab und zu ändern. Das heißt, man sollte sich erstmal darum kümmern, dass diese IP-Adresse immer gleich ist nach Möglichkeit. So, jetzt kommen wir schon zu dem ersten Problem von Linux Mint. Also wenn man jetzt ein Wechsler ist von Windows, kennt man das ja, wenn man hier ins Netzwerk geht, dass er hier gleich schon alle möglichen Freigaben und Rechner auflistet. Das funktioniert unter Linux Mint nur, wenn man alle Netzwerkfreigaben mit SMB1-Protokoll verwendet. Diesen Wechsel, dass man dieses SMB1-Protokoll wieder aktiviert, das wird von vielen im Internet empfohlen, um dieses Problem zu umgehen. Ich rate davon ab. Also nicht ohne Grund ist auf allen Systemen, die ich kenne, heutzutage das SMB1-Protokoll deaktiviert. Es ist an sich auch kein Problem, wenn man jetzt die IP-Adresse des anderen Gerätes kennt oder den Namen des anderen Gerätes kennt. Das heißt, um jetzt auf ein anderes Gerät zuzugreifen, klickt man einfach mal hier oben hin. SMB, das ist das Protokoll, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich und jetzt können wir eingeben den Rechnernamen oder die IP-Adresse. Jetzt bekommen wir die Benutzername und Passwort-Aufforderung. Das heißt, ich habe es jetzt einfach gemacht. Mein Benutzer hier in meiner Testumgebung ist einfach CS und dann gibt es ein einfaches Passwort. Und jetzt haben wir hier unten diese Option. Wenn man diese Freigabe ständig benutzen möchte, dann will man das Passwort ja seltenst jedes Mal eingeben, wenn man die benutzt. Wenn man die nur sporadisch nutzt, dann würde ich das sogar so lassen, dass man sagt, okay, nach dem Abmelden vergisst er die. Man muss die halt beim nächsten Mal Nutzung wieder eintragen. Wenn das aber eine Freigabe ist, die man jeden Tag ständig benutzt, dann würde ich da hier auf Nie vergessen gehen und gehe hier auf Verbinden. So, jetzt haben wir hier schon die Freigaben. Also das heißt, jetzt sind wir auf dem Server und jetzt wollen wir eine Freigabe machen. Das heißt, wir sehen die ja hier an der Seite noch nicht. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf Downloads. Jetzt sehen wir, jetzt ist die hier unten eingehängt. Das hat erstmal funktioniert. Das sind jetzt im Prinzip meine Downloads auf dem CS-Pauli-Rechner. Jetzt machen wir einfach mal einen Neustart vom System und gucken uns gleich das nächste Problem an. So, ich starte den Rechner mal neu. So, da haben wir uns wieder eingeloggt. So, jetzt öffnen wir hier mal und wir sehen, jetzt ist es wieder ausgehangen. So, jetzt wollen wir natürlich nicht jedes Mal wieder hier oben gehen und das hier mühevoll irgendwie einbinden. So, jetzt könnte man auf dem Desktop natürlich einen Starter anlegen. Ein Starter ist ja auf dem Desktop in der Regel auch noch kein Problem. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Wir legen einen neuen Starter an. So, dem Starter können wir einen Namen geben, also zum Beispiel Pauli23Downloads. So, und damit der jetzt diese Einbindung automatisch gut macht, geben wir hier ein Nemo. Nemo ist im Prinzip der File Manager. Und dann geben wir ein SMB, Doppelpunkt CS-Pauli-23. Ja, das war richtig. Und Download-Arts. Okay, ja. Und wenn wir jetzt hier den anklicken, dann ist die Verbindung sofort wieder hergestellt. Er hat jetzt nicht nach dem Passwort gefragt, weil wir den ja in dem Passwort-Manager abgelegt haben. Wenn er diese Einstellung nicht gemacht hätte, hätte er jetzt wieder nach dem Benutzernamen und nach dem Passwort gefragt. So, abgespeichert ist Benutzernamen und Passwort in dem Betriebssystem internen Passwort-Manager. Das ist hier. Wenn ich den jetzt mal auswerfe hier und ich würde jetzt hier das Passwort löschen, also hier sehen wir jetzt CS-Pauli, also das heißt, man kann jetzt in Doppelklick, könnte man dem noch eine Bezeichnung geben. Machen wir mal Test ganz kurz. Okay, so, dann sieht man den hier drin. So, und wenn man aber jetzt den hier löscht, und man geht jetzt hier auf den Starter, dann fragt er natürlich wieder nach dem Passwort. So könnte man jetzt das abändern. Registrierter Benutzter nie vergessen und dann geben wir mal das Passwort wieder ein. Wenn man jetzt viele Netzwerkfreigaben hat, dann ist das natürlich nervig, wenn man hier jetzt für jeden so einen Mounter macht. Man will ja sowieso nicht immer alle eingebunden haben, aber da würde ja der ganze Desktop zu sein mit diesen Startern. Und das Zweite, was man nicht unbedingt haben will, dass auf dem Desktop immer diese Verknüpfungen angelegt werden zu diesen Ordner. Also, ich mounte ja nochmal raus. Wir sehen, jetzt ist der verschwunden und wenn ich jetzt hier anklicke, dann ist der wieder entfernt. Also, das will man nicht unbedingt immer haben. So, dann geht man hier mal auf Anpassen. Systemeinstellungen. Und dann kann man hier zum Beispiel dieses Häkchen rausnehmen und dann ist diese Verknüpfung weg. Im Nemo, also in diesem Dateiexplorer, dann bleibt das hier trotzdem drin. Also, das kann dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Also, zum Beispiel auch, dass man den Papierkorb immer sehen möchte oder eingehängte Geräte. Na, dann sind die auf dem Desktop immer verknüpft. Also, ich möchte das nicht. Das müllt mir die Oberfläche zu. Das heißt, ich mache das hier weg und dann sind die erst mal verschwunden. So, wie lösen wir das jetzt mit dem Starter hier? Dass wir jetzt nicht, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt zehn Freigaben, dass wir die jetzt alle hier, kann ja dann zum Beispiel auf demselben Server vier oder fünf Freigaben haben. Das heißt, dann bräuchten wir ja vier oder fünf Starter, was ich als, sag ich mal, Müll finde, wenn das auf dem Desktop ist. Das heißt, das machen wir uns ein bisschen bequemer. Wir gehen mal hier auf die Taskleiste und hier auf Uplets. So, dann gehen wir hier mal auf herunterladen und dann gibt es ein Uplet, das heißt App Launcher. Also, dieser App Launcher, den laden wir uns mal schön herunter. So, dann gehen wir wieder auf verwalten, dann ist er hier drin und dann gehen wir hier mal auf, müssen wir hier auf Plus drücken, dann wird er aktiviert. Dann ist er hier unten drin, jetzt ist er noch leer. Dann kann man hier Anwendungen bearbeiten drücken oder Maustaste auf einrichten, also ist das Gleiche. So, und hier können wir das im Prinzip das Gleiche machen, das heißt, hier machen wir mal Plus, geben einen Namen, so, und sagen CS23, nenne ich den jetzt mal Downloads. Und dann ist im Prinzip hier der Befehl das Gleiche, und zwar Nemo SMB CS Pauli-23. Also, wie gesagt, je nachdem, wie der Rechner bei euch heißt oder der Server oder die NAS oder die IP-Adresse. Und dann Downloads. Okay, und damit wir das nochmal zeigen, würde ich hier nochmal CS23 Bilder, Nemo SMB CS Pauli-23 Bilder speichern. So, dann können wir das mal alles schließen hier. Und jetzt haben wir hier in dem Launcher im Prinzip die zwei Einträge, das heißt, Downloads ist schon da, das klappt aber trotzdem, dann macht er im Prinzip ein neues Nemo Fenster in dem Fall auf. Oder wir haben ja hier an der Seite die Bilder noch nicht eingehangen. Jetzt gehen wir auf CS Bilder. So, da er den Benutzernamen und das Passwort schon kennt und im Prinzip das nicht unter einer anderen Berechtigung freigegeben ist. Also, das heißt, auch der User CS hat auf beide seinem Rechner, fragt er hier jetzt natürlich nicht nach dem Passwort, nimmt im Prinzip dasselbe Passwort, was wir für Downloads auch benutzt haben. So, und jetzt haben wir beide hier eingebunden und das funktioniert jetzt auch, nachdem wir, machen wir jetzt nochmal Neustart. Gehen wir hier mal auf Dateien und jetzt sehen wir, jetzt haben wir es hier nicht eingehangen. Jetzt wollen wir diesen Starter nicht benutzen, sondern wir gehen einfach hier auf und sagen CS Bilder, eingehangen oder CS Downloads, eingehangen. So, ich finde, das ist im Prinzip eine sehr einfache Möglichkeit, wie man das macht. Es gibt dann noch Anleitungen, wie man das Einhänge halt auch gleich automatisch machen kann über die FSTab-Einträge oder über irgendwelche Scripts. Davon halte ich relativ wenig, wenn man nicht ein bisschen mehr Ahnung hat, weil erstens ist das sehr kryptisch für den normalen Laien. Und das Zweite ist, wenn man es falsch macht, stehen dann in den Scripts oder in der FSTab die Passwörter des Users im Klartext. Deshalb finde ich diesen Weg für den Otto Normal, der sich mit der Technik nicht sehr viel auseinandersetzen will, am einfachsten. So, das war es dann erstmal auf die Schnelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, wie gesagt, ein Like. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann holt euch doch das Abo. Und wenn ihr zum nächsten Video erinnert werden wollt, dann nutzt doch das Glöckchen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Bis bald, euer Christoph.